Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Das ist die Elite. Gnadenlos. Und Gerüchten zufolge sind sie unbesiegt. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber Zawala, sie greifen den Reisenden an. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. Okay. Rotlegion. Der Reisende. Was ist dieses Teil, das sie an ihm befestigt haben? Ich weiß es nicht. Wer ist Zio05? Und was geht da ab? Ähm. Kinder. Kinder. Da war das Ziel. Ist okay. Hallo Zio. Wer du auch immer bist, kenne ich nicht. Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Aber tot. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Okay. Okay. Die brauchen wir nochmal. Was? Ui! Ah! Sie dürfen das Tor nicht erreicht. Die Shuttles sind da drüben. Oh Was ist mit dem jetzt passiert? Oh, Munition So Ich würde mich mal interessieren Wir halten die Stelle! Das Kommandoschiff kommt als nächstes! Jo Ist ok Wo muss ich hin? Racken! Bleiben innerhalb des Schildes! Ah Ah Okay Ähm Junge Lass die Schild ein bisschen länger da So Hör noch mehr auf das Regionäre! Zeig ihnen, was ein Hüter ist! Können wir da mal so schwarze Junge Oft die Fresse Da kommt Einmal in die Nieren Das ist immer gesund Weg mit Bier Sowas Aber der Sprecher Hat es nicht geschafft Ich werde nach ihm suchen Ich übernehme die Piazza Geh mit Ikora Finde den Sprecher Wird gemacht, Commander Noch mehr Raketen! Los! Finde den Sprecher! Ähm Bin ich da richtig? Nö Der Sprecher! Wir dürfen ihn nicht verlieren! Bin ich da richtig? Nö Hallo? Ja 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 So Der ist eh beschäftigt da draußen Was Mockst du da? Eben an Ja 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 Was hörst du eigentlich für ein Musik-Kollege? Der Sprecher ist weg! Bruchtlegion! Ihr werdet überflasht! Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten! Was ist mit ihr? Sie wird den Sprecher finden! Wir müssen zum Kommandoschiff! Begib dich zum Nordturm! Amanda Holliday wird dich abholen! Amanda Holliday! Na gut, so und schratze! Äh-äh, ooh-ah-äh, hachene! Ei, 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 ei! Ja! Okay, kommen wir auf die Tankschirs des Mengsnern. Gut zu wissen. Hey, da ist ja nur einer. Was ist? Ja, genau. Schnauze. Wo geht's nicht weiter? Da war doch noch irgendwer, oder ist der gestorben? Holiday ist im Anflug. Wir müssen das Schiff vom Feld kriegen. Holiday Inn? Was? Nein. Schnauze. Wird da nicht aufdringlich. Was bist denn du für einer? Wesen. Wesen. Kannst du dich mitnehmen? Ja. Bitte. Zawala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest. Halt dich gut fest. Komm schon, bitte. Unternehm was. Die Lady hat anscheinend auch sehr viel Spaß. Sag uns, wenn die Schilder deaktiviert sind. Dann machen wir dieses Schiff platt. Äh, ja? Ähm. Ähm. Nein. Hi. 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 Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Ah, das da. Und wie? Lass mich an die Konsole. Wir können da Baupläne finden. Okay. Der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Schön. Dann sagen wir auch wohin. Sehr nassig gegen dieses Schiff. Okay. Okay. Äh. Äh. Nein. Hm. Das war jetzt... Semi-intelligent mit der Granaten. Ja, klar. Mir ist der unverwundbar mit dem Schild, oder was? Ja. Wie prügel ich dem das Schild an? Wo ist der Ungustl? Ich hätte jetzt gerne Granaten. Nur so. Nebenbei bemerkt. Nimmt der überhaupt Schaden? Wo ist er jetzt? Hallo? Was soll er jetzt sagen? Nicht wirklich. Das... Trotz... Was ist denn so überhaupt? Okay. Nahkampf ist auch nicht wirklich eine Lösung. Äh. Mal Deckung suchen. Was ist denn? Geht doch. Was ist denn der da verloren? Ah, die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Decora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Was ist Information oder In-Formation? Man weiß es nicht. Ähm. Ich trau dem Frieden nun. Wih. Hi. Hi Jungs. Wihhhh! bei der. tandash. e completamente hier Victipps auf der r DAY. jungs jungs Also, das Wetter ist ja nicht wirklich das Beste. Was ist mit dir da oben? Haben wir diese Geschütze einander? Ähm. Es kommen alle dran, es kommen alle dran. Ich muss nur nachladen dazwischen, Kinder. Kriegt's alle was davon. Ich muss nur nachladen dazwischen. Wie kriegt man eigentlich... Achso, das will uns ja automatisch auf. Okay. Ähm. Nein. Ja. Nein. Hoppla. Aber ich hab doch so eine super Fähigkeit. Aha. Wo ist er? Wo ist er? Äh, Spacken. Toll. Wie viel frisst der Kollege? Das gibt's ja nicht. Ja, ja, ja. Du mich auch so schnauze. Gibt's ja nicht. Da nehm. So. Halleluja. Na, seid ihr aber lästig! Ah, daneben! Kommt, da ist auch noch einer! Nur einer! Nur einer! Da, haben wir es jetzt! Nö! Leute, ich brauch... Oder ich hätt gern Munition! Ähm... Ja! Ui! Ja! Okay, ich hätt da grad runterhupfen auch können! Ich muss da runter, ne? Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein! Na, dann schauen wir mal! Hi! Hübscher Salko! Oh! 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 Oh... Oh! 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 Das ist schon wieder so, aber. Oh, weih! So, woher ist noch? Ja, willst du verstecken, spülen oder was? Gibt's ja nicht. Äh, ich brauch jetzt sowas wie Munition, Kinder. Und das mal wirklich. Okay, zerstöre die Turbinen, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Ja, genau so! Und jetzt? Oh! Fühlt mir das was? Schön! Ja, toll! Jetzt hat mich dieses Scheiß-Teil da niedergerinnt, ne? Ja! Zawala geschafft! Die Schilde sind deaktiviert. Okay, da geht ne Tür auf. Ich glaub ich muss da raus. Amanda! Wir kommen nach oben! Und jetzt? Und jetzt? Was sollen wir bloß tun? Nichts! Wett! Ey! Willkommen in einer Welt ohne Licht! Flüter! Flüter! Das stimmt fast nicht! Schau mich nicht an! Du Kreatur! Du bist schwach! Undiszipliniert! Undiszipliniert! Versteckst dich hinter Mauern! Das ist kein Mut! Du hast nur vergessen, was Todesangst ist! Erlaube mir, dich zu erinnern! Mhm! Oho! Ihr habt die Macht die euch gegeben wurde nie verdient! Ich bin Gorr! Und dein Licht... Ist meiiin! Du bist hässlich.